Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Update Video. Bitcoin momentan bei 44.500 US-Dollar. Wir haben ein schönes Breakout nach oben hingesehen bis auf knapp 44.800 US-Dollar. Das heißt, unser Widerstand nach oben hin wurde jetzt erst einmal durchbrochen. Auf dem 1-Stunden- und auf dem 4-Stunden-Timeframe haben wir ein schönes Breakout bekommen. Der nächste Widerstand steht jetzt vor der Tür, ob wir uns jetzt hier möglicherweise dann jetzt short orientieren, so wie wir es gestern im Video besprochen haben und warum wir jetzt gestern hier nicht mehr an diesem Preisbereich, wo ich jetzt nochmal ganz kurz einzeichne, also dieses einerseits symmetrical triangle, aber auch hier unser Widerstandspivot, warum wir da gestern nicht mehr short gegangen sind, habe ich ja schon in der Gruppe erläutert, werde ich jetzt auch nochmal im Video erläutern. Außerdem werden wir uns noch die Forex-Märkte natürlich angucken und natürlich auch die Stock-Märkte. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk-Signalgruppe reinjoinen. Die Links dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung und wenn ihr noch eine Börse sucht, wo ihr das Ganze auch traden könnt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort kriegt ihr momentan wieder, wenn ihr 50 Dollar einzahlt, 50 USDT als Trading-Bonus und noch andere Bonusse bis zu 5.150 Dollar. So, jetzt aber rein in die Analyse würde ich sagen, Bitcoin wie gesagt bei 44.500 US-Dollar. Wir haben ein schönes Breakout, vor allem aber auch mit Volumen gestern gesehen und das hatten wir ja vorher die ganzen Tage nicht. Wir hatten immer diesen Preisanstieg, sind dann am Pivot und dann wieder zurück abverkauft. Gleiches Spiel hier, am Dienstag auch gegen Nachmittag, Preisanstieg, gar kein Volumen, wieder abverkauft. Aber dafür gestern ging es dann deutlich schneller nach oben, auch mit deutlich mehr Volumenpreisanstieg, keinerlei News oder sonstiges, was dazu geführt hat, eher die bisschen Short-Liquidierungen aufgrund der Ineffizienz, die wir hier oben haben und dann ging es wie gesagt bis auf 44.800 US-Dollar. Ich habe dann gestern schon in der Telegram-Gruppe schon dazu geschrieben, ich glaube relativ früh, genau hier sollte jemand Short sein, das war dann so um 12 Uhr, sollte jemand Short sein, bitte Stop-Loss-Entry, weil dieses ganze Hin und Her, was wir dann gestern hier wieder hatten, wir sind wieder hochgegangen und dann wieder abverkauft worden, hat mir alles überhaupt nicht mehr gefallen. Deswegen lieber mal Warnung rausgegeben, macht den Stop-Loss-Off-Entry, nehmen Profite. Das war dann hier ungefähr bei 42.850 und kurz darauf kam dann eben dieser impulsive Move. Den Move habe ich dann auch hier nochmal gedeutet, sobald wir hier über 45k schließen sollten mit einer 4-Stunden-Candle beziehungsweise hier dieses Hoch hier überschreiten mit einer 4-Stunden-Candle bei knapp 43.600 US-Dollar. Was wir dann auch getan haben, wäre es ein bullischer Close, so ging es dann auch und dann sind wir heute Nacht auf ungefähr 44.800 US-Dollar gestiegen. Deswegen gestern kein Short-Entry mehr, eher dann nochmal die Warnung gegeben, bitte Short-Off-Stop-Loss-Entry, um die ganze Position erstmal ein bisschen abzusichern. War auch ganz gut im Nachhinein und jetzt müssen wir uns den nächsten Levels erstmal widmen. Wir haben jetzt diesen impulsiven Preisanstieg, wo auch das meiste Volumen derzeit hier in dieser Preisspanne um 43.200 bis ungefähr 43.400 US-Dollar liegt. Wir können das Ganze auch nochmal mit den Vector-Candles angucken auf dem 1-Stunden-Timeframe derzeit. Dann seht ihr auch, okay, würde es sehr, sehr gut passen, genau zu dieser ersten voluminösen Kerze hier genau am Pivot. Das ist momentan so ein bisschen dieser Bereich, wo ich sagen würde, okay, hier könnten wir, wir machen es noch ein bisschen größer, diese Box hier, hier könnten wir in diesem Preisbereich nochmal zurückfallen im Laufe des Tages, um diesen Bereich auch nochmal zu bestätigen und von hier aus dann die nächst höheren Levels anzutesten. Das heißt, diese Box hier unten passt sehr, sehr gut überein mit eben diesem Preiseinstieg. Sollten wir hier einen Rücksetzer kriegen, dann den Pivot bestätigen, vielleicht noch in die Box eben reingehen, die Vector-Candle abholen und dann möglicherweise mit einem Doppeltop die Richtung in Richtung 45.000 bis 45.500 US-Dollar einschlagen. Das wäre auch, da haben wir auch die ganze Woche schon drüber gesprochen, die nächste Short-Möglichkeit dann für uns. Das heißt, sollten wir den Rücksetzer kriegen, werde ich hier wahrscheinlich nochmal die Position verdoppeln, die wir noch offen haben, die Long-Position und dann von hier aus oder dann in diesem Preisbereich hier oben in dieser anderen grünen Box, werde ich dann sehr, sehr wahrscheinlich aber wirklich eine Short-Position aufmachen, weil wir hier eben noch die Ineffizienz haben. Wir hatten den Last-Month-Pivot, der hier auch noch in diesem Preisbereich liegt, plus natürlich auch, wenn wir uns das angucken, auch hier noch ein, zwei Vector-Candles, die auch noch abgeholt werden sollten in diesen Preisbereichen. Also, das heißt grundsätzlich wäre es jetzt erstmal positiv, wenn wir jetzt nochmal einen Rücksetzer kriegen. Und was momentan ein bisschen gegen diesen Rücksetzer spricht, müssen wir uns die Funding-Fees mal ganz kurz angucken, sind die niedrigen Funding-Fees. Die sind trotz des Anstiegs noch einmal gesunken. Okay, X ist hier eine leichte Ausnahme, hier sind die Funding-Fees gestiegen, aber Binance unter dem Standard, Bybit unter dem Standard, CoinX unter dem Standard, BitGet und BingX mittlerweile auch. Also, die meisten oder überwiegend die meisten Börsen sind überwiegend short eingestellt. Gestern waren es sogar während des Preisanstiegs kurzfristig im Minus die Funding-Fees. Also, da mal ein bisschen drauf achten. Trotzdem, für mich, besser oder die beste Möglichkeit, wir gehen hier nochmal runter Richtung 43.3, beziehungsweise 43.400 US-Dollar, holen uns die Liquidität, die durch diesen Anstieg hier gekommen ist. Und dann könnten wir auch nochmal die ganzen Long-Positionen liquidieren. Es sind wahrscheinlich nicht so viele, aber Möglichkeit bestünde, um dann nach oben hin die ganzen Shorts oder die restlichen Shorts eben mit dieser Ineffizienz hier oben zu liquidieren. Gleichzeitig, wenn wir uns das auch nochmal in dem 4-Stunden-Timeframe das Ganze angucken, ziehen wir uns nochmal das Fit-Level von unserem Preisanstieg bis runter auf die 38.500 US-Dollar, stehen wir dann auch kurz vor dem Golden Pocket. Das heißt, sollten wir hier auch wieder zurückgewiesen werden, hätten wir noch eine Bestätigung für eben einen möglichen Trendwechsel, den wir dann haben. Und von hier aus könnten wir dann grundsätzlich die Marke von 35.000 bis 30.000, also ihr kennt die große Spanne, die wir gestern da drüber gesprochen haben, also übergeordnet diesen Preisbereich maximal bis 28k, ansonsten zwischen, ich sage jetzt mal, 33 bis 35k anvisieren. Also, die Möglichkeit besteht weiterhin. Müssen wir mal gucken, wie die nächsten Stunden bzw. es morgen weitergeht. Normalerweise ist Donnerstag immer so Reversal Day, also das heißt, es ist grundsätzlich möglich, dass wir hier wirklich nochmal runtergehen, da auch die Psi-Range, falls ihr das gesehen habt. Ansonsten bleibt hier erstmal nichts zu sagen, wenn es irgendwelche Updates gibt, wie gesagt, werde ich euch das hier in der Telegram-Gruppe nochmal ein bisschen näher bringen. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Hier auch noch kein Short-Entry drinnen, auch wenn er jetzt hier die Ineffizienz abgeholt hat, also hier wirklich blaue Linie perfekt auf den Dollar genau. Short, wie gesagt, bin ich hier noch nicht. Ich werde jetzt das erste Mal beobachten, wie sich Bitcoin jetzt momentan verhält, weil auch hier haben wir die gleiche Möglichkeit, dass wir nochmal runtergehen, in Richtung des Golden Pockets plus des Pivots und dann hier eine Art Doppeltop bilden und dann können wir uns den Short überlegen. Ansonsten sieht das Ganze schon mal nicht schlecht aus, jetzt reinzugehen. Ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, hat aber auch natürlich den Aspekt, wir haben keine Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Timeframe, auf dem 1-Stunden-Timeframe eben auch nicht, weil wir hier ein minimal oder ziemlich gleiches Hoch sogar haben. Also auch hier spricht für mich momentan nichts für einen Short-Entry. Deswegen warten wir jetzt erstmal ab, kommt dieser Rücksetzer, dann mit einem Doppeltop. Das wäre momentan die einzige Chance, wo ich sagen würde, okay, hier könnten wir Short gehen. Ansonsten, was machen unsere Trades sonst noch? Der Euro-US-Dollar-Long habe ich ja gestern auch in die Telegram-Gruppe hier dazu geschrieben. Nehmt Profite, erster Take-Profit genommen, Stop-Loss-Entry läuft auch weiterhin. Hier erhoffe ich mir noch im Laufe des Tages, dass nochmal so dieser letzte fette Impuls nach oben hinkommt, damit wir noch einen zweiten Take-Profit nehmen können. Das ist Nummer 1. Dann S&P 500 auf Maximum. Hier bin ich jetzt mal mit einer Short-Position reingegangen. Warum? Weil diese magische Grenze von 5.000 Punkten möglicherweise nochmal ein bisschen was anzieht. Also hier bin ich jetzt derzeit Short. Ich sehe den Stop-Loss hier oben bei 5.025. Da muss ich nochmal anpassen. 5.025 ist mein Stop-Loss. So. Und dann schauen wir mal. Dafür bin ich aber nicht beim Nasdaq oder sonstigen Märkten-Short. Also S&P 500 ist momentan das einzige für mich, wo ich sagen würde, okay, hier gehe ich Short. Der Rest ist für mich absolut uninteressant. Und der Vollständigkeit halber nochmal auf Gold. Hier tut sich gar nichts. Das heißt, für den heutigen Tag, für uns interessant, Rücksetzer können wirklich theoretisch nochmal longen. Kriegen wir dann danach oder darauffolgend einen Doppeltop? Dann auf jeden Fall Short. Das gleiche Spiel bei Ethereum. Euro-US-Dollar Long. Wäre schön, wenn wir noch einen zweiten Take-Profit kriegen. Und S&P 500 bin ich jetzt erst einmal Short. So. Sollte alles ganz gut zusammengefasst haben. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Sagt ihr, okay, Bitcoin geht jetzt locker noch Richtung 48.000, 49.000. Die Prognosen habe ich auch schon gehört. Habt nur noch keine sinnvolle Erklärung, warum wir da hingehen sollten. Aber gut, ihr könnt mich auch eine bessere belehren. Habe ich nichts dagegen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Startet positiv in den Tag rein. Macht das Beste draus. Und wenn es irgendwas gibt, gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Das war es von mir. Wir hören uns eventuell später nochmal. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.